Noch ein Bär. Yeah. Hey, das hat sich gereimt. Au. Richtig. So, äh, stirb du Bär. Stirb. Stirb, hab ich gesagt. Stirb. Nein, jetzt stirb doch. Nein, 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 mein Gott. Hält aber auch viel aus. So, hier war doch noch einer. Hier ist nur einer. Ich müsste echt mal mit Beruf mal anfangen, kann das sein? Müsste ich hier eigentlich auch mal machen. Vielleicht, aber ich weiß nicht, ob das langweilig ist für euch, wenn ich jetzt dauernd hier immer noch die Zwergeneisenadern da einsammle. Und was weiß ich noch nebenbei. Das wird jetzt so zu den Quests, die auch schon so lange dauern. Ach ja. So, stirb du verderbter Gebirgsbär. Stirb. Stirb. Alter. Wann, wie die immer sterben, ey? Die stellen sich dann auf ihre Füße und... Ach, keine Ahnung. Ganz seltsam. Na gut. Und wieder zurück. So, wo muss ich überhaupt lang? Äh, hier runter? Ich weiß grad nicht. Ah, doch, hier lang, ja. Doch. Kartoffeln. Aber jetzt Kartoffeln. Hm, ich hab ewig keine Kartoffeln mehr gegessen. Müsste ich auch mal wieder essen. Naja. Ich hab schon letztens Nudeln gegessen. Ich hab zu viel Nudeln gegessen. Das ist auch nicht mehr normal. Aber es ist das einzige, was sich lohnt zu kochen. Weißt du, so ein Fertiggericht ist immer für so einen Studenten, wenn man alleine wohnt. Ne? Ja, was soll ich denn groß kochen? Die ganzen Zutaten zu kaufen, das wird sich nicht lohnen, weil wenn ich nur alleine bin, die Hälfte landet dann im Mülleimer. Das ist doch blöd. Genauso wie bei Ketchup, den krieg ich auch nie leer. Da gibt's immer nur so große Tuben. Und was benötigt ihr? Hm, brauche ich die vielleicht ein, zwei oder dreimal und dann ist der Ketchup auch schon wieder, weißt du, oder vielleicht zehnmal und da ist... Aber alles ist ja der nicht. Da ist immer nur die Hälfte drin. Das ist total blöd. Ihr seid mit den fehlerhaften Bärenfällen zurück. Gut, gut. Gestattet mir, sie zu untersuchen. Vielleicht können sie uns etwas über die Ursache dieser... Ich kann echt nicht mehr lesen. Was ist denn los heute? Dieser solche sagen. Ich kann nicht... Wartet, hier ist etwas. Ja, dies hier ist in den meisten Pelzen, die ihr mir gebracht habt. Steinsplitter, irgendeine Art. Ach, deswegen wollte er mehrere. Okay. Und dieser hier ist für alles verantwortlich. Ein großes Stück Stein scheint ein Splitter einer Pfeilspitze zu sein. Diese Bären sind alle von Pfeilen oder Speeren getroffen worden und ich glaube, diese Waffen sind für die Krankheit verantwortlich. Okay. Bleibt noch einen Moment. Was? Gefährten... Na toll, Gefährtengruppe. Na toll, das kann ich schon wieder sein lassen, weil es für Gefährtengruppe ist. Na, ganz toll. Neue Tat. Taten in der Wildnis. Ist auch... Was ist das denn hier unten jetzt? Meldungen. Ach, jetzt sind die woanders. Zum Shop. Tat verleihen. Zum Shop. Ach, ich habe schon wieder 10 Punkte. Alter, ja, ist ja gut. Ich habe genug Punkte. Brauche ich nicht. So, Taten habe ich auch. So. Ja, jetzt muss ich bloß noch das andere machen. Wie komme ich denn da hin? Hier ja nicht. Ne. Vielleicht hier oben? Hm. Komme ich... Ne, warte mal. Ich muss glaube ich andersrum. Halt. Lasst mich durch. Ich bin Arzt. Oder nicht. Ach ja. So, äh, wie spielen wir jetzt? Oh. Okay. So. Ja. Was je wird noch zu erzählen? Unhold. Schreckenskrieger. Ich kann heute gar nicht so lange spielen, weil ich muss das ja noch... Ne? Weil wir haben ja nur noch drei Folgen bis Folge... Also jetzt... Das müsste jetzt Folge 197 sein. Ich weiß nicht, wie ich schneide. Äh, 198 sein. Heißt also noch diese Folge und nächste Folge habe ich noch und dann... Ja, jetzt könnte ich den Elbenstein gebrauchen. Kann ich den vielleicht? Der hat sich nicht möglich. Wollte mich veräppeln. Ah, ne. Hä? Wieso kann ich den Elbenstein hier nicht benutzen? Hier sind noch überall Trolle. Hallo. Ist ja bekloppt. Hier bin ich aber auch falsch. Warte, warte. Ich renne, ich renne. Lass mich in Ruhe. Woll. Hilfe. Boah, puh. Alter. Ist zum Glück überhaupt nicht... Gefährlich gerade. War zum Glück überhaupt nicht knapp. Muss... Da hinten muss ich hin. Hä? Wie komme ich denn da hin? Muss ich jetzt außen rumlaufen oder was? Ach, du Scheiße. Nördliche Trollhöhen da unten. Äh, ich muss natürlich wieder bestimmt irgendwo außen rumlaufen. Total umständlich. Ach, du Scheiße. Aber hier sind überall Trolle. Komme ich hier durch? Komme ich hier durch irgendwie? Hier komme ich durch. Okay, da oben sind auch nochmal Trolle. Nee, aber hier muss ich da nicht hin. Warte mal. Ich muss... Ja, ich muss hier rum irgendwie. Ja, ich muss hier rum irgendwie. Also da, da rüber jetzt. Hier sind auch nochmal Trolle. Ganz toll. Ja, toll. Mörder. Trolle auch noch. Ich renne ja schon. Ich renne ja schon. Ist ja gut. Mein Gott. Blöde Trolle. Die sind ja schlimmer als die Trolle im Film. Im Hobbit-Film da hier. Wie ist denn der Hobbit? So. Ach ja. Hier, ich komme hier auch nicht rüber. Nee, ich muss irgendwie einen riesen Umweg laufen gleich. Also jetzt gerade. So, Moment. Autsch. Ja, das Fallen ist auch einfach... Einfach ein Traum. Hier in dem Spiel. Also wie man so einen Berg runterfällt, das ist total realistisch dargestellt. Ja. Ich weiß einfach so runtergleiten. Das war ja letztens. Ach, welche Folge waren das? Das ist auch schon ein bisschen her. Wo ich so genial gefallen bin. Ach ja. So hier. Ach. Ach, guck mal. Wo bin ich denn hier? Hier sind so steingewordene Trolle. Die Lichtung der Steintrolle. Hier. Hat Bilbo Beutlin uns von erzählt. Kennt ihr das noch aus dem Film? Da hat auch Bilbo Beutlin erzählt, dass er... Er ist nicht ein Rudebär. Dass er, ähm... Dass er die Trolle, äh... Gefunden hat. Nee, dass die Trolle ihn gefunden haben. Und dann, äh, ähm... Ja. Und dann... Haben sie sich drüber gestritten, wie sie ihn zubereiten sollen. Und, naja, irgendwann haben sie sich dann zu Steinen verwandelt. So. Apropos, ich... Würde gerne den Stein hier benutzen können. Hier bin ich doch richtig, oder nicht? Immer noch... Immer noch nicht? What the fuck? Okay. Komm ich hier irgendwo lang? Ich muss bestimmt hier durch. Hier sind überall Trolle. Warum? Das verstehe ich nicht. Warum sind die Trolle am Tag hier draußen? Ich meine, hier scheint die Sonne. Die anderen sind zu... Zu Steinen geworden und die Trolle nicht. Liebe Entwickler. Was soll das? Das geht doch gar nicht. Die Trolle wären noch am Tag zu Steinen. Oder habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Sind das spezielle Trolle, die nicht zu Steinen wären, oder was? Also, wie ich das verstanden habe, wären die alle zu Steinen am Tag. Nur in der Nacht können sie überleben. Aber am Tag wären sie zu Steinen. Aber die hier, die sind am Tag draußen und wären nicht zu Steinen. Warum ist das so? Hier, auch nur ein Waldroll. Warum wären die nicht zu Steinen? Kann mir das irgendjemand erklären? Verstehe ich nicht. Da ist mir echt ein Rätsel. Was ist das denn hier? Hier ist bestimmt irgendeine Quest, die ich wieder nicht mitgekriegt habe. Na egal. So, ich muss jetzt aber hier lang, oder? Hier muss ich lang, okay. Alter, was ein Umweg, eh. Ach man. Ja, wenn man fliegen könnte, wäre alles einfacher. Aber kann man ja nicht. So. Ach ja. Den Gn wäre ich jetzt Superman. Ach, der kann ja auch fliegen. Oder wer kann noch fliegen? Superman, wer kann noch fliegen? Weiß ich gerade gar nicht. Ach, von den ganzen Superhelden. Ich kenne mich da auch nicht so aus. So, jetzt hier. Döde fliegen. Vor allem, was für riesige Fliegen einfach. Ja, total realistisch. Na gut, es ist halt ein Fantasy. Ja, Spiel ist klar. Aber trotzdem. Sind auf jeden Fall... So, ich bin tot. Ja, ganz toll. Ach, dieses scheiß Troll am mich. So runtergehauen und dann die Fliegen noch. Das ist einfach zu viel für einen Jäger. Für so einen einfachen Jäger. So, jetzt muss ich wieder... Die ganzen Haltungen hier aktivieren. Moment. Was machst du so? Leute. Wie soll ich denn jetzt auch noch mitten im... Im Netzplay chatten? Das doch. Äh... Was mache ich so? Äh... Das sieht er doch auf YouTube. Mann. Das... Bist du doch... Auf YouTube. So. Äh... Äh... Ernsthaft jetzt. Ich meine jetzt... Jetzt mal ganz im Ernst. Das sieht man doch auf YouTube, was ich da mache. Warum fragt er mich denn das? Was mache ich so? Ich zocke. Was sollte ich denn sonst machen? So, warte mal. Halt. Hier. Ja. Ach echt. Klar habe ich recht. Ich habe immer recht. Nein, natürlich nicht. So. Hier Trolle. Aber wo muss ich hin? Achso. In den tiefsten Raum. Ja, ja. Ganz hinten. Muss ich mich erstmal durchkämpfen hier. Schaffe ich das überhaupt noch bis Folge... Äh... Bis Folge 1000. Das schön wäre es bis Folge 200. Was kommt davon, wenn man Minecraft Folge 1000 guckt? Oh Gott. Ich frage mich, was denn von mir erwartet wird, bis Folge 1000. Oh, 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 oh. Hier der Ringe online. Ich weiß gar nicht, ob wir bis Folge 1000 kommen. Alter, das macht so wenig Schaden hier. Der Charakter trotz Inspiration. Das kann sich jetzt nur noch um Jahre handeln, bis ich hier fertig bin. Hier, also jetzt komm. Stirb endlich mal. Blöder. Troll. So. Also manchmal ist das echt ein bisschen zum Einschlafen hier, dieses Spiel. Dauert einfach ewig so einen blöden Troll hier zu sehen. Alter. Lalalalala. Ich meine, das sind halt starke Troll, aber ich bin auch selber stark. Warum dauert das so lange? Schnarch. Schnarch. Klick. Man ist ja nicht mal anspruchsvoll, weil ich jetzt hier diese Inspiration habe. Das dauert einfach nur lange. Stirb. So. Der kann mich mit seiner Riesenkeule schlagen, wie er will. Das macht mir überhaupt nichts. Ach ja. So jetzt. Vor allem rennt der auch noch zurück. Das ist ja ganz seltsam. Au. Tut mir nicht weh. Ist mir egal. So jetzt. Alter, das dauert so ewig. Und was macht ihr so? Was ich mache, seht ihr ja. Ne? So. 5.24 Uhr schon wieder. Eine halbe Stunde spiele ich schon wieder, Mensch. Und es wird gleich Zeit für Abendbrot. Na scheiße, da wollte ich heute noch einkaufen. Verdammt. Hab ich auch nicht gemacht. So. Morgen muss ich dann wahrscheinlich das Vermütze-Special erstmal aufnehmen. Ähm. Da kann ich ehrlich gesagt noch nicht versprechen, dass das rechtzeitig rauskommt. Weil. Naja. Das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger. Und bei einem Mbit-Upload wird das wahrscheinlich zwei Tage dauern, das hochzuladen. Also wirklich zwei ganze Tage. 48 Stunden am Stück hochladen für eine Folge. Also für das Special halt. Da kann ich halt noch nicht versprechen, dass das rechtzeitig kommen wird. Ich hoffe aber mal, dass es klappt. Bin ich mal sehr gespannt, ob das funktioniert. So. Aber jetzt erstmal hier. Kur Olockenbürger. Stirb, du blöder Troll. Stirb einfach. Ein grausam Tod. Na komm schon. Jetzt komm schon. Mann, Mann, Mann. Das dauert einfach so lange, ey. Mach ich denn irgendwas falsch? Hab ich denn noch mehr Fähigkeiten? Ne. Eigentlich hab ich ja noch ein paar hier und dann noch ein paar. Toll. Lalalala. Vielleicht kämpfe ich auch falsch. Ich weiß es nicht. Könnt ihr ja mal schreiben. Ob ich irgendwas falsch mache. Aber. Das dauert auch so. Ziemlich lange. Lalalala. Das Problem ist, es ist. Halt nicht mal spannend oder so. Es ist ja einfach bloß irgendwelche Sachen klicken. Und du kannst ja nicht sterben praktisch. Weil du ja so inspiriert bist dadurch. So. Hier ist der. Ey, Alter. Hier ist der Kur Olock. Alter. Alter. Hahaha. Ey, Alter, was geht, ey? Ey, stötisch, Mann, ey. Der ist auch nicht stärker als die anderen, ey. So. Ähm. Ja. Genug assi-deutsch gesprochen. Ähm. So, äh, ja. Kur Olock, Alter. Ne, Kur Olock. Ey, Kur Olock, Alter. Ey, geh mal auf den Kur Olock, Alter. Ey, Kur Olock, Alter. Ey, ich schick dich zur Kur, Mann. Ne, ist ja gar nicht sch... Ist ja gut. Na, ne, Kur ist auch immer nicht schlecht. Ach, naja. Aber Kur ist ja nur, wenn man krank ist, ne? Also, wenn man irgendwie krank war. Ich bin ja eigentlich gesund. Ihr verlasst die tiefste Kammer von... Achso. Findet die... Findet die... Ich hab die doch gefunden. Willst du mich verarschen? Ach, echt. Da war ich doch eben grad drin. Hä? Hä? Hä, 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 hä? Findet die tiefste... Kammer von Tingo. Ja, wenn ich jetzt rausgehe... Hä? Ach, mit dem Beryl. Den muss ich noch benutzen. Vor allem ist das hier auch abgehakt, weißt du? Findet die tiefste... Ach, da steht. Setz, glaub, findest Beryl ein. Den muss ich auch erst mal finden. Wo ist denn der überhaupt? Wo ist denn der? Äh, suchen. Wo ist denn hier die... Da ist die Suche. Beryl? Da ist er. So. Äh, so. Natürlich den Beryl einsetzen. Aber er bleibt dunkel. Toll. Hat sich ja voll gelohnt, hier reinzugehen. Ich weiß gar nicht, wenn ich... Wahrscheinlich, wenn ich die... Wenn ich als Erste die Richtige finde, muss ich wahrscheinlich trotzdem in die anderen rein. Vermute ich mal. So, jetzt sind die wieder... ...inskurnt. Na toll. Es ist mir grad egal. Ich glaube, jetzt einfach durch. So, ich glaube, das mach ich beim nächsten Mal auch. So. Dann brauch ich nicht jeden Einzelnen. Ja, ja. Die Stärke spielt an... Ach so. Ja, das ist ein guter Ort, um das zu benutzen. Hab ich doch. Ich hab's doch schon. Gut. Diese Meldungen sind manchmal echt seltsam. Na egal. So. Wenn ihr euch nicht in einer... Warum wird mir das denn noch auf der Karte angezeigt? Da bin ich auch schon fertig mit. Na egal. So, weiter geht's jetzt zur nächsten Höhle. Die befindet sich... ...jagen der Schanddreck. What the fuck? Alter, das ist auch hier eine starke... Die ist auch noch... Die ist Elite? Die Spinne? Was ist das denn? Na egal. Ich muss hier oben irgendwie hin, glaube ich. Hier sind auch Trolle. Aber hier muss ich hin. Ja, es ist... Ja, ich muss hier anscheinend... Wer hat sich denn das ausgedacht? Wenn ich jetzt wirklich hier hin muss? Warum kann ich denn den Elbenstein nicht benutzen? Warte mal. Muss ich... Ja, ich muss hier hin, ne? Naja. Ne, okay. Ich muss da nicht durchlaufen, aber ich muss irgendwo hier hin. Aber hier sind ja auch Trolle. Also, ich muss zumindest an Trollen vorbei. Und trotzdem kriege ich... ...keine Inspiration da. Naja, gut. Ich kann hier einfach in die Höhle rein. So. Einfach durchlaufen geht ja. Das ist sehr seltsam. So, hier jetzt... Hallo? Derzeit nicht möglich. Hallo? Hallo, hier sind Trolle. Wollt ihr mich verarschen? Hallo? Hä? Hallo? Hey! Wieso kann ich den Elbenstein nicht... Wie soll ich denn das schaffen, so? Hä? Hä? Das ist schon... Das ist ja seltsam. Ich konnte ihn auch eben nicht einsetzen. Ich kann... Hä? Ich hab doch... Der hat das nicht möglich. Ich konnte ihn auch eben grad gar nicht einsetzen. Und da... Die Meldung stand auch nicht da. Oder kriege ich das jetzt immer? Oder... Ist das... Ist das... Ist das... Warte mal. Ich wollte auch einfach durchlaufen hier. Oder? Warte. Die sind, glaube ich, zu stark, um einfach durchzulaufen. Mann, verdammt. Also zwei Trolle auf einmal macht ein bisschen Schaden an mir. Wow. Sehr viel ist es nicht, aber immerhin. So. Jetzt sterbt ihr, blöden Trolle. Sterbt ihr unwürdigen. Sterbt deines grausamen Todes. Ha, ha, ha. So, jetzt. Er kommt schon. So. So, dann nachher muss ich noch Guild Wars 2 aufnehmen. Muss grad mal gucken, was mach ich heute noch. Das hier, dann noch Guild Wars 2. Und dann... Morgen wahrscheinlich das Vermittelspecial. Mal sehen, wenn ich ein bisschen ausgeruhter bin. Also Folge 200 dann halt. So. Und jetzt ist schon... Ja. Muss halt drauf achten, dass ich nicht zu lange aufnehme, damit... Ne? Und wenn die Folgen noch länger, dann komm ich gar nicht hoch. Nach mit Upload. Ach, man. Kannst ja nur in drei Folgen. Nein, wir haben ja nur drei Folgen. Bis Folge 200. Naja. So. Ko-O-Log-Würger. Stirb. Endlich. Na los. Stirb. Du. Stirb jetzt. Ich kann ja mal... Ich würde mich eigentlich mal interessieren. Ne, das ist falsch. Warte mal. Wissen wir das überhaupt? Schamütze. Hier. Wer hätte eigentlich... Falsch. Ich will mich doch anmelden. Okay. Also wenn ich auf Schamütze klicke, ist das nicht zum Anmelden, sondern hier im Stunzenfeind. Dann muss ich hin. Schamützel. Typ ausführen. Begegnung kaufen. Hä? Bezieht euch. Der Weg nach Erebor und Stunz. Warte mal. Ne, das sind... Achso, ne, das sind Stunzen. Okay. Größe 12. Ne, für 12 Leute ist es ein bisschen groß. So, ich töte hier mal nebenbei die Trolle. Mein Gott. Das ist hier so... Das ist echt zum Einschlafen. Sorry, aber... Das muss man mal so sagen. Defensiv. Okay, vier Stück haben wir schon gemacht. Das heißt, wir haben jetzt hier noch drei neue und ich glaube, mit Level 40 kommt auch noch was Neues. So die drei und der Sturm auf B-Tedras hatten wir, glaube ich, noch. Ne. Doch, ich glaube, die kommen noch. Beteiligung des Tänzenden Ponys. Hatte ich die nicht? Die hatte ich auch schon gemacht, ne? Muss ich gerade mal gucken. Lieberei und Unheil hatte ich das schon gemacht. Eierge in Buckelstadt. Gefecht am Ammon. Ich muss mir das nochmal angucken. Das habe ich nicht nur vier gemacht. Also ich weiß, Belagung von Gundermann habe ich gemacht. Gefecht am Ammon-Zule habe ich gemacht. Turm auf Metedras. Was steht denn da? Steht da irgendwas dazu? Ausgewählte Instanz starten. Lieberei und Unheil. Habe ich das gemacht? Eierge in Buckelstadt. Eingriff beim Morgengrauen. Die kommen mir alle so bekannt vor. Aber es kann auch daran liegen, dass ich die mit anderen Charakteren schon gemacht habe. Ist ja auch schon ein bisschen näher. Ich kann mich gar nicht mehr richtig dran erinnern. So laufe ich überhaupt richtig? Ja. So, jetzt stirbt ein Proll. Man kann hier einfach Brain auf keinen Fall irgendwo drauf drücken und schon... Ja, toll. Man kann sich mit was anderem beschäftigen. Ich weiß gar nicht. Ich muss mir echt das Schamizze-Special mal angucken nochmal. Folge 100. Und mal gucken, welche ich schon gemacht habe. Muss ich mir mal aufschreiben. So als Zettel, so offline, so eine Notiz. Kennt ihr vielleicht nur diese... ...habe ich tatsächlich noch ein paar Zettel, wo ich was draufschreiben kann. Unglaublich, oder? Ja, ja. Das gute alte Papier. Einige von euch kennen es vielleicht noch. Ach ja. Ne, ähm... Hä? Hä, ich bin im Kreis gelaufen. Soviel zum Thema Brain-Afghaner. Ganz toll. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen, so eine Scheiße. Ja, ist ja richtig... ...töfte. Wieder schnafte. Norke. Ja? Schöne Wörter. Hat sich der gute Gron gut ausgedacht. Ne, weiß ich nicht, von wem die sind. Hat er sich dieselbe ausgedacht? Weiß ich gar nicht. Aber ich finde die Wörter irgendwie nicht schlecht. Hm, töfte. So. Ne, töften. Töften sind ja... Sind ja gerade Tuffeln. Ja? Naja. So, jetzt... Alter, ist das dunkel? Das ist doch erst, äh... Ja. Kurz nach halb. Oh, erst nach halb. Ist doch schon so dunkel, das. Naja. So. Stirb, du elender Kohl-Lock-Bürger. Jetzt... Ach, Mann. So kann sich das noch um Jahre handeln. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich um circa... ...neun Tage. Ne, weiß ich nicht. Mann. Jetzt komm schon. Ich will zumindest die Quest noch abschließen. Das kann ja nicht sein hier. Lalalalalalalalalalalalalala. Zehn Milliarden Jahre später. Ne, weiß ich nicht. Das dauert so... Das dauert aber echt lange. Weißt du, warum... Warum geben die denen nicht einfach mehr Schaden? Und mir auch? Und dann geht das einfach schneller. Warum muss man das so lange hinaus zögern? Wenn gut, es sind Trolle aber trotzdem. Die sind halt ein bisschen stärker, halten mehr aus. Aber es ist trotzdem irgendwie langweilig. Bin ich denn hier richtig? Ja, okay. Hier bin ich richtig. Bis. Bis. Bis jetzt.